Herzlich willkommen bei den Sims. Ein bisschen Ruhe, ein bisschen Alltag, ein bisschen Stricken am heutigen Abend. Tut uns, glaube ich, allen ganz gut. Ein bisschen runterkommen, sage ich mal. Auch wenn wir hier immer noch sautraurig sind, weil ja der Tane gestorben ist, aber das ändert sich ja am heutigen Tag. Und ich kann mich daran erinnern, er hier, der Marvin, der hat ja heute, also im heutigen Stream hat er dann Geburtstag, einen Tag noch bis zum Altern, also am nächsten Tag hat er schon Geburtstag. Mein Gott, das geht aber schnell. Also, wir machen eine, ein Kleinkindspiele-Treff ist ja auch cool. Habe ich noch gerade gesehen, dass es das gibt. Geburtstagsparty, irgendwie haben wir Schwarz-Weiß-Party. Themenparty, ja. Kostümparty ist ja auch eine geile Sache. Der Tod da auf der Treppe ist sehr, sehr hübsch. Gala-Abendessen. Ich bin jedes Mal fasziniert. Es wird aber die stinknormale, ganz langweilige Geburtstagsparty von dem Gastgeber namens Marvin mit zusammen. Oh, wir können übrigens unseren Haushalt nicht einladen. Gut, also, sie kommt rein. Er kommt rein. Marvin hat nicht so viele Bekannte, wie man merkt. Ja, es wird ein kleiner Kreis. Heute mal kleiner Kreis. Ketra brauchen wir da nicht, Entertainer brauchen wir nicht, alles gut. Und das Ganze, wie immer schön zu Hause. So, einmal muss ich kurz ins Baumenü. Wir haben ja schon den Geburtstagstisch hier. So. Dann fehlt, wie immer. Ähm. Oh, einmal noch die Geburtstagskerzen. Wir sind bereit. Wir brauchen aber ein bisschen stimmungsvolle Popmusik. Nehmen wir rein. Und es geht los. Ähm. Uh, sind wir elegant. Schön. Wir danken natürlich den Gästen fürs Kommen. Herzlichen Dank. Alles gut. Alles schön. Super. Und unsere Mutter ist auch gleich da. Alles gut. Diese steife, er umarmt sie nicht. Herrlich. Schön. Gut. So, und sie ist auch da. Oh, sie ist voll angespannt. Das ist immer gut. Ähm. Ähm. Wusch. Dann bitte umziehen. Und natürlich auch hier noch mal ein Hallo. Wir teilen mal festliche Stimmung. Ist zwar Geburtstag, aber macht ja nichts. Oh. 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 Gut. Also, äh. Marvin hat wirklich das Problem erkennt kaum Leute. Er muss dringend mal an der Uni und Leute kennen. Ich merke gerade, ich hab ihn ja auch so aktiv nicht wirklich gespielt. Ich hab ihn ja nur, äh. Groß werden lassen. Und das Handling mehrerer Sims gleichzeitig ist dann doch ziemlich, ähm, heikel. Ah gut. Was soll's. So, wir feiern also im Prinzip gerade so ein bisschen Weihnachten und, ähm, Geburtstag in einem. Ähm. Gut, wir können auch dekorieren, aber, was soll's. Können wir ihm mal schenken. Was soll's. Können wir. Ach. Interessant. Hier, einen goldenen Plapper-Bot. Hab ich extra für dich gebaut, Marvin. In langer, langer Arbeit haben wir... Genau. Wir sollen eine wilde Geburtstagsparty feiern. Und ich glaube, der erste Gast ist schon gegangen. Hm. Naja. Wird ne kleine Party. Gut. Marvin hat ein Geschenk gekriegt. Der freut sich doch sicherlich. Oder auch nicht. Was? Was stand da? Geschenke. Von einem beliebigen Geschenke-Ber? Schenke-Berge gibt's wahrscheinlich in, ähm, ähm, in, 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 äh, Inventar, also im Hausinventar, ne? So, also, wir feiern mal ab. Komm. Es ist Geburtstag. Wir feiern mal ab. Wir sind zwar ein bisschen alle demotiviert und es ist eine ziemlich kleine Gruppe hier gerade. Und sie geht gerade ins Bett, was sie nicht tun soll. Okay, na gut, was soll's. Irgendwie läuft die Party nicht ganz rund. Nicht so, wie sie sollte. Egal. Er wird jetzt mal ein, äh, junger Erwachsener. Ah, jetzt aber. Oh, da wacht sogar sie wieder auf. Marvin ist älter geworden. Junger Erwachsener seien. Lebenslange Verantwortung. Sich steigenden Karrieren und weitere Horizonte warten. Ähm. Ja, okay. Wer behauptet denn, die Zwanziger seien kein Spaß? Verantwortung wegen positiver Entwicklung und gute Manieren hat er. Wir haben einiges richtig gemacht. Keine negativen Effekte. Er ist ordentlich. Er will, er lernt schnell. Das ist gut. Er will Akademiker werden. Wir brauchen neue Fähigkeiten. Neue Fähigkeiten braucht der Marvin. Und deswegen gucken wir mal. Genie. Sind konzentriert, können mit anderen Ideen teilen und wirken womöglich verstimmt, wenn sie ihre Mentalfähigkeiten eine gewisse Zeit nicht verbessern. Ich würde ihn so ein bisschen in Richtung Nerd bauen. Gebe ich zu. Geek. Diese Sims sind zufrieden, wenn sie Science Fiction lesen oder Videospiele spielen. Sie wirken womöglich angespannt, wenn sie nicht viel gespielt haben. Sie sind besser im Aufspüren von Sammerobjekten und können mit anderen Geeks über Geek-Kram reden. Weiß ich noch nicht? Kleptomanisch. Ach nö. Dann klaut er ja wieder alles zusammen. Katzenfreund. Frigan? Frigan? Was? Diese Sims lehnen den Konsum ab und vermeiden verschwenderische Geldausgaben um jeden Preis. Sie sind glücklich, wenn sie wiederverwertete oder weggeworfene Waren oder Nahrungsmittel finden. Wenn sie in Müllcontainern wühlen, haben sie meistens Glück und stoßen auf hochwertige Schätze. Verbringen sie zu viel Zeit mit dem Verdienen oder Ausgeben von Similions? Können sie angespannt wirken oder sich unwohl fühlen? Okay. Das wusste ich noch gar nicht, dass es das gibt. Genauso wie Recycling-Fan. Vielfraß. Kind der Insel. Ja gut. Kind der Insel. Unberechenbar. Auch sehr schön. Ähm. Nö. Also ich wäre ja wirklich dafür, dass wir ihn als Genie bauen. Und jetzt ist die Frage Paranoid. Paranoide Sims erahnen hinter jeder Ecke Gefahren und glauben, dass andere ständig über sie reden. Paranoide Sims verspüren in Kellern ein Gefühl von sich. In Kellern. In Kellern fühlen sie sich sicher. Okay. Also ich fühle mich da eher unsicher. Aber so gut. Ist ja auch nur mein Problem. So. Einzelgänger. Auch nicht schlecht. Vielleicht. Diese Sims sind glücklich, wenn sie alleine sind, erhalten keine negativen Stimmungen, wenn ihre Sozialbedürfnisse auf einem niedrigen Stand sind und reagieren häufig beschämt auf soziale Zurückweisung. Na, andersrum. Nö. Selbstsüchtig. Diese Sims denken nur an sich. Sie können nach Komplimenten fischen, sind aufgeregter, wenn sie ein Geschenk erhalten und können angespannt werden, wenn sie nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Außerdem genießen sie das Rampenlicht. Alle anderen sollten sie genauso lieben, wie sie sich selbst, oder? Sprunghaft. Diese Sims entwickeln nach einer Weile im selben Beruf oder in derselben Beziehung eine Abneigung dagegen. Sie sind zufrieden, wenn sie einen Job kündigen oder eine Beziehung beenden. Sie brauchen länger, um einen Heiratsantrag zu machen und können über ihre Bindungsängste reden. Ach wie, das ist ja nicht eifersüchtig. Ach. Es gibt ja mittlerweile Sachen. Die weiß man ja gar nicht. So. Bei mir ein Bewusst-Insider. Diese Sims lieben es, Mitglieder einer Gruppe zu sein. Ach nö. Mag Kinder? Äh, mag keine Kinder. Entschuldigung. Gibt's auch mag Kinder? Nö. Schade. Ja, was meint ihr? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich ihnen jetzt gebe. Also, selbstsicher, kreativ, sind häufig inspiriert, können mit anderen kreativen Ideen teilen und wirken womöglich verstimmt, wenn sie eine gewisse Zeit nicht kreativ sind. Das ist es. Ich nehme kreativ und Genie und ordentlich. Dann ist er wirklich im Sinne von ein kreativer Wissenschaftsgeist. Das gefällt mir. Ja, das mache ich. Übrigens, wir kriegen von der toten Mutter ein Geschenk. Steht gerade ausgegraut. Okay. Gut, also als junger Erwachsener sieht er im Prinzip genauso aus wie vorher. Alles gut. So, zwei Tage bis zur Arbeit. Er ist immer noch Rettungsschwimmer. Okay. So, die Hausaufgaben brauche er nicht mehr. Er ist ja nicht mehr auf der Schule. Ich hätte vielleicht mir die Schulprojekte mal mit ihm machen sollen. Ich habe die immer vergessen. Oh. Wir haben übrigens ein Rettungsschwimmerhandtuch gekriegt. Durch seinen Beruf. Das ist verkaufenbar. Das braucht man nicht mehr. Das ist Standardhandtuch. Was man so oder so kriegt. Also das habe ich dann mal verkauft. Gut, ähm, was ist das? Okay, das Table für Kleinkinder brauchen wir auch nicht mehr. Die Federn, die die Katze mitgebracht hat. Komm. Die bringen Geld. Wieso bringen die so viel Geld? Wofür braucht man denn in dem Spiel Federn? Okay. So, das ist das eine. Dann haben wir ja noch das Festessen. Ich meine, die futtern jetzt gerade Kuchen. Aber wir haben noch das da. Und auch das werden wir noch machen. Wir werden noch Weihnachten und Geburtstag alles an einem Tag. Deswegen. So, sie räumt einmal ganz kurz ab. Oh, ah. Gut. So, aber da passt doch noch ein bisschen rein. Ein bisschen Kuchen gegessen. Und jetzt passt doch noch der leckere Braten, den wir extra vorbereitet haben, auch noch in den Magen hinein, liebe Leute. Futtert doch mal ein bisschen. Gebratene, was war denn das? Was habe ich denn da gemacht? Ein Schinken, gebratenen Schinken war das. Genau. Den können wir doch auch noch ganz schnell mal zu uns nehmen. Marvin braucht dringend mehr Freunde. Ich habe wirklich nur die eingeladen, mit denen er irgendwie agieren kann. Aber irgendwie, da fehlt auch was. Ich finde das cool, dass die Weihnachtslieder singen können. Mir gefällt sowas. So, gibt's ein Geschenk? Ich brauche ein Geschenk. Geschenke sind immer gut. Besonders, wenn der Weihnachtsmann die vorbeibringt. Also, komm. Federchen Frost, gib mir mal was Schönes. So, natürlich machen wir das mit ihr auch. Auch wenn sie gerade, ähm, was? Die Geschichte der drei Kerzen. Mein Gott, was wir nicht alles kriegen. Und tauschen natürlich hier den Sim, der sofort sagt, wo ist mein Geschenk? Ähm, Geschenk geben ist blöd. Das ist nicht das, was ich haben will. Ich will von dem ein Geschenk. Ja. Wenn wir schon dabei sind. Natürlich hat er was für uns. Der Gute. Und wir kriegen... Es gibt Wintermützen. Und warum sagt mir denn das keiner? Okay. Wir haben einen Leaf bekommen. Oh, das ist ja süß. Ich wusste gar nicht, dass die wirklich sich weihnachtlich kleinen können. So elfisch und sowas. Es ist sehr cool. So, jetzt wird spannend. Was gibt's? Was gibt es für Jobs? Er kann. Arzt werden, Polizist, Schauspieler. Das passt nicht so richtig. Wissenschaftler könnten wir machen. Ist aber eine ziemlich... Ach, wiederkehrende Arbeit. Also muss ich sagen, ist ziemlich langweilig. Auf Dauer habe ich mal mit einem anderen Sim gespielt. Fand ich nicht so interessant. Astronaut, äh, habe ich auch mal durch. Ich habe mit einer Sim-Dame bei mir mal irgendwann den Astronauten gemacht. Nicht übel geht in Richtung Raketenwissenschaftler und so weiter. Bauplan-Ingenieur kenne ich nicht. Als Bauplan-Ingenieur planst und entwickelst du Lösungen für alle Arten von Umweltproblemen und besprichst mit deinen Kollegen, wie man die Welt als Lebensraum verbessern kann. Spannende Sache. Okay. Das haben wir jetzt aber eigentlich mit ihr, ne? Sie ist ja Meeresbiologin oder was das da ist. Ah, nochmal einen biologischen Beruf, also hier diese nachhaltige Geschichte, würde ich momentan nicht machen wollen. Ich würde fast sagen, wir könnten hier den Geheimagenten mal machen. Den würde ich für ihn eigentlich ganz gut finden. Dann könnten wir ihn auch nach Stranger Vilma schicken, um dort die Mission zu machen, also die Story zu erleben. Aber der Geheimagent, ich weiß gar nicht, Diamantenagent oder Schok, okay, bringe in das Hauptquartier des Gegners ein und verändere deine Verhörkunst. Je mehr du lernst, desto schwerer kommt man dir auf die Schliche. Das Problem ist bloß, ich glaube, dass es den an der Uni nicht gibt. So, wir gucken erst mal, gibt es denn das Stipendium. Ich glaube, das wurde abgelehnt, ne? Mal kurz gucken. Wisst ihr zufällig, ob man Stipendium später nochmal kriegt? Also wenn man schon an der Uni ist, ob man das dann nicht gewährt? Wir bewerben uns nochmal. Der geht nicht. Weil wir den schon haben. Wurde bereits beantragt und das wurde abgelehnt. Gut, wir können das Stipendium machen mit Arbeitsplatz. Sims, die in einer Karriere erfolgreich waren, können sich für das Stipendium Karrierebonus bewerben. Nicht verfügbar für Erwachsene oder Senioren, okay. Er war ja nicht wirklich erfolgreich. Und das Sportstipendium muss im Fußballteam spielen, um das Stipendium zu behalten. Okay. Weiß ich nicht. Ich breche mal nochmal ab. Lasst mal kurz erstmal gucken, was es gibt. Wir holen uns mal Informationen über die Universitäten. Ich will wissen, ob es irgendwo in die Richtung Agent geht. Weil Agent habe ich noch gar nicht gehabt. Würde ich gerne ihm geben, wie gesagt. Ich würde ihn gerne in Richtung Heimagent bauen. Okay. Also, Fuxbury Institut. Kunstgeschichte, Kommunikation, Kochkunst. Theaterwissenschaften, Bildung, Künste, Geschichte, Literatur. Biologie, Computer, Wirtschaft, Physik, Psychologie, Gaunerei. Wir haben gelesen, der Agent wäre auch in Richtung Gaunerei. Wortgelehrte Intelligenzbestien. Hm. Okay. Das würde aber alles nicht passen. Ich gucke nochmal Brightchester. Was die hatten. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Was gibt es? Okay. Was haben die? Biologie, Computerwissenschaften, Wirtschaft, Physik, Psychologie, Gaunerei, Kunstgeschichte, Kommunikation, Kochkunst, Theater, Bildung, Kunst, Geschichte, Literatur. Okay. Interessant, dass die beide keinen Sport haben. Oder habe ich das gerade nicht gelesen? Aber hier wäre Kommunikation zum Beispiel drin. Kommunikation könnte ich mir für den Berufszweig gut vorstellen. Aber keine, keine, keine Computer. Doch, Computerwissenschaften haben Satz normal. Nochmal ganz kurz gucken. Vielleicht mache ich es mir auch viel zu kompliziert. Einfach in die Uni anmelden und gut ist. Egal welches Fach. Einfach ran. Wir nehmen das, was da ist und dann geht's. So, nochmal. Intelligentsbästchen, das würde ja passen. Er ist ja intelligent. Okay. Computerwissenschaften, Physik, Psychologie. Eigentlich gefällt mir diese Uni besser. Psychologie, Computerwissenschaften könnte passen. Wirtschaft, Physik, Gaunerei. Das passt irgendwie besser. Foxbury. Wir nehmen Foxbury. Sie ist auch die modernere. Okay, Foxbury, komm. Was soll's? Äh, Universität. Wir schreiben uns ein. Wir bewerben uns. Und der Tane schickt uns aus dem Jenseits eine SMS und gratuliert Marvin zum Geburtstag. Herzlichen Dank, Tane. Du kannst selbst als Geist noch ein Telefon benutzen. Der beste Geist aller Zeiten. So, jetzt aber. Komm, hier. Wir wollen uns bewerben. Er fragt gar nicht, wo. Die Universitätsbewerbung von Marvin ist unterwegs. Die Universität wird sich die Bewerbung ansehen und Marvin ihre Entscheidung in den nächsten Tagen per Post zukommen lassen. Marvin kann seinen Bewerbungsstatus außerdem jederzeit an seinem Computer überprüfen. Für Stipendium bewerben. Ach so, ich wollte mich ja noch für Stipendium bewerben. Ah, Moment. Marvin hat ganz kurz was zu tun. Dauert nicht lang. Er muss nur ganz kurz an den Computer mal kurz in die Tasten hämmern. Dieses Genie. Wir haben ihn als Genie konzipiert. Kann mal kurz das Sportstipendium beantragen. Hat er das jetzt gemacht? Das ging jetzt zu schnell. Moment, Moment. Okay, ausstehend Sport. Okay, er hat sich beworben. Super. Ich mache jetzt eine Pause. Vom Spiel. Ja? Also auch vom Stream. Ich werde jetzt hier den Stream erstmal beenden. Ich werde jetzt hier den Stream erstmal beenden.